Heute wird es passieren und zwar schauen wir endlich den neuen Spider-Man-Film an. Ich will ihn schon so lange anschauen, denn ich habe einen kleinen Crush auf Tom Holland. Gar nicht so wegen seinem Aussehen, sondern wegen seiner Stimme und seinem Humor. Ich bin mit Alex und meinen Cousins ins Kino gegangen und wir waren echt alle so geflasht. Nur das Ende war echt traurig. Aber ich will euch ja nicht spoilern. Und da heute meine Oma Geburtstag hat, waren wir danach noch alle zusammen essen. Und ratet mal, was ich ihr geschenkt habe. Natürlich ein Kinogutschein. Irgendwie liebe ich es so sehr ins Kino zu gehen. Und ich will auch mal mit einem von euch ins Kino gehen. Deswegen verlose ich jetzt einen Kinotag mit mir. Und ich zahle natürlich alles. Auch ganz viel Popcorn.